Ja, ist Apples Vision Pro die Computerbrille ein iPad-Killer? Diese Frage hat dieser Tage Hochkonjunktur und wird auch oft an mich herangetragen. Ich war ja gestern in Wern, da habe ich den Kollegen Jean-Claude Frick getroffen, haben wir Kaffee getrunken und auch darüber gesprochen. Viele von euch, unter anderem der Kevin, haben mir das auch geschickt. Und ja, man sieht es ja überall auch. Mark Gurman hat es auch geschrieben. Apple Vision Pro ist ein iPad-Killer, but not anytime soon. Nun, ich wurde ja gefragt, was ist meine Meinung dazu? Ich bin ja ein bekannter iPad-Fan und da interessiert es natürlich, wie ich das sehe. Nun, die schnelle Antwort vorab. Wenn Artikel Killer im Titel haben, kann man es getrost meistens schon ein bisschen zur Seite legen. Erinnert ihr euch noch an die vielen iPhone-Killer, die da kommen sollten? Und AirPods-Killer und iPad-Killer gab es auch eine Zeit lang. Ist das Surface ein iPad-Killer? Nein, ist es eigentlich nie. Und innerhalb der eigenen Firmen schon gar nicht. Ja, das iPhone war ein iPod-Killer, aber das liegt einfach daran, weil das iPhone den iPod komplett aufgesogen hat. Ansonsten ist es in der Technologiegeschichte eigentlich selten so, dass ein neues Produkt, eine neue Technologie, eine alte komplett überflüssig macht. Alte Technologien finden neue Nischen und existieren da weiter. Das Paradebeispiel ist immer die Schallplatte, die es ja heute auch immer noch gibt und die ihre Nische gefunden hat. Ja, das ist nicht so ein Verdrängungs- und Killerkampf, wie es da jeweils gerne heißt. Und darum wird es auch nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird, diese Killer-Debatten. Aber natürlich hat das Argument sehr, sehr viel Reiz und ich diskutiere ja auch sehr, sehr gerne darüber. Weil mein erster Eindruck damals in Cupertino, als sie die Brille vorgestellt haben, ich weiß gar nicht mehr, wer neben mir saß. Was, Malte? Ja, auf jeden Fall, mein erster Eindruck war, das ist ja ein iPad fürs Gesicht. Und damit bin ich eigentlich seither sehr, sehr gut gefahren. Wenn man sich die Apple Vision Pro als iPad fürs Gesicht vorstellt, kriegt man ein bisschen Gespür dafür, was es aktuell ist und wo es ungefähr hingeht. Ja, das ist auch eine Eigenart von Journalisten, YouTube und die machen immer so Vergleiche. Ich habe ja auch den, oh, ich habe ihn übrigens gar nicht an, ich habe ihn zu Hause vergessen, den Ultra-Juman-Ring habe ich ja als Fitbit für den Finger bezeichnet. Ja, das ist auch eine menschliche Eigenart. Neue Sachen vergleicht man immer gerne mit Sachen, die schon da sind, weil das macht es uns einfach ein bisschen einfacher zu verstehen und ist völlig natürlich. Auf jeden Fall, kann die Vision Pro ein iPad ersetzen? Ist ja die große Frage. Und das Lustige ist, ich hatte sie ja nicht wahnsinnig lange auf, als ich sie da letzte Woche ausprobiert und getestet habe. Aber das, was ich damit am besten fand, sind genau die Sachen, die Steve Jobs damals auch vorgeführt hat, als er das iPad vorgeführt hat. Was mir großen Spass gemacht hat, war einfach im Safari-Browser Sachen anzugucken, zu lesen, meine Fotos da auf meiner Webseite. Ja, ich habe einfach da die Safari-Seite sehr hoch zu mir geholt und da ein bisschen rumgescrollt. Das hat großen Spass gemacht. Und Filme gucken auch, 3D-Filme natürlich auch, aber einfach auch normale Filme. Viele Leute, die große Mehrheit, nutzen iPads ja als Konsumgeräte. Und als Konsumgerät ist die Vision Pro auch sehr, sehr großartig. Also das ist wirklich erstaunlich. Ich habe sie dann auch so ein bisschen genutzt wie ein iPad, einfach ein virtuelles iPad. Weil mein größter Wunsch ans iPad wäre ja, dass der Bildschirm flexibel ist, dass ich das hier nehmen könnte und einfach schüpp mache und es wird ein bisschen größer, wenn ich mehr Platz brauche. Das kann man natürlich mit der Vision. Und natürlich, darum kommen auch diese Überlegungen. Wer das iPad als reines Konsumgerät sieht, der wird sofort denken, ja, die Vision Pro kann das ersetzen und kann es sogar besser. Den Eindruck habe ich auch. Mal ganz abgesehen davon natürlich, dass man in der Vision Pro halt in einem Ding drin ist. Und hier kann man es auch schnell jemandem anderen zeigen. Aber das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf. Nein, als Konsumgerät sehe ich die Vision Pro tatsächlich, hat sie sehr, sehr viel Potenzial. Wo es dann halt schwierig wird, ist, wenn man das iPad als Arbeitsgerät nutzt. Das machen viel, viel weniger Leute. Das machen ich und ein paar wenige, die das iPad wirklich als Arbeitsgerät ungemein schätzen. Ich finde es ein großartiges Arbeitsgerät. Wie gesagt, gestern, als ich im Zug gesessen habe, habe ich ein komplettes Video draufgeschnitten, hochgeladen. Ich kann alles auf dem iPad und ich mag es wahnsinnig gerne, diese Touch-Oberfläche, um damit zu arbeiten. Da hat die Vision Pro natürlich noch einen viel, viel weiteren Weg zu gehen, wenn sie das überflüssig machen möchten. Aber ja, ich kann es mir auch vorstellen, meine Videos künftig so zu schneiden, in einer Brille drin. Das würde wirklich Spaß machen. Und wie gesagt, immer ungeachtet der Tatsache, dass man da halt allein in seiner virtuellen Box drin sitzt und es nicht ganz so sozial ist. Aber vielleicht kriegen sie das Problem ja dann auch irgendwann noch ein bisschen besser in den Griff, wenn es irgendeine Brille wie sowas ist. Aber momentan, ich sehe die Vision Pro als iPad-Killer, wenn wir es jetzt so nennen wollen, in den Tasks eben lesen, konsumieren, solche Sachen. Wenn man auf dem iPad Sachen erschaffen möchte, wird es halt sehr, sehr schnell schwierig. Texte schreiben, ja, vielleicht noch, wenn man eine zusätzliche Tastatur hat. Ich kann halt auch hier direkt auf dem Touchscreen im Zehn-Finger-System schreiben. Ja, da mit der Vision Pro hat man halt da dieses langsame Tippen. Also da braucht man noch Zubehör dafür. Und das andere, was halt bei der Vision Pro auch ein Problem ist, ist Daten draufzukriegen. Wenn man beispielsweise Videos schneiden möchte oder sowas. Sie hat ja keinen USB-Anschluss, den gibt es nur für Entwickler. Der kostet 300 Dollar und dann hat er nur USB 2. Und das ist etwas, was ich dann unbedingt ausprobieren möchte, wenn ich dann mal längere eine nutze. Vermutlich müsste ich dann meine Videodateien von der Kamera aufs iPhone ziehen, per USB-C auf USB-C-Kabel. Dann vom iPhone per AirDrop auf die Vision Pro. Und dann da in Final Cut, in der iPad-Variante davon schneiden. Und ja, solche Sachen. Aber Marc Görman hat es ja auch gesagt im Artikel, ist ein iPad-Killer, but not anytime soon. Ja, das denke ich auch. Also da muss man sich jetzt wirklich nicht schon Sorgen machen, dass das eine das andere überflüssig macht. Aber ganz ehrlich, die Zeit, wo man dann wirklich nur noch mit virtuellen Bildschirmen und virtuellen Tablets arbeitet, die ist noch so weit weg. Darum ist das Ganze auch ein bisschen eine hypothetische Diskussion. Und wie gesagt, solange man einfach nicht zu zweit irgendein Filmchen gucken kann auf der Vision Pro, ist irgendein physischer Bildschirm halt immer noch eine Option. Und darum, ich würde mal behaupten, es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis ein iPad gekillt wird. Was ich aber glaube, ist, dass dadurch, dass die Vision Pro jetzt da ist, das iPad noch näher an den Mac heranrückt. Ich glaube nicht, dass es eines der beiden killt. Jemand hat auch gesagt, die Vision Pro ist die Zukunft des Macs. Ja, da habe ich auch meine Zweifel. Was ich glaube, ist, die Vision Pro schafft sich jetzt da ihre Nische dann irgendwann, wenn es funktioniert und alles so klappt, wie sich Apple das vorstellt und ein paar Futuristen. Und dass die Geräte drumherum näher zusammenrücken, sprich das iPad und der Mac, dass die näher zusammenrücken. Das sehe ich sehr, dass das iPad halt noch ein bisschen computeriger wird und irgendwann vielleicht der Mac doch noch ein Touchscreen kriegt und das Ganze dann vielleicht doch ein Gerät wird, aber auch das ist noch sehr, sehr weit weg. Ich glaube also nicht, dass das die Vision Pro ein iPad-Killer ist. Ich glaube mehr, dass die Vision Pro ein Apple-Portfolio-Verschieber ist, wenn es dann wirklich funktioniert. Wenn die Vision Pro ein bisschen Flop ist, dann wird alles beim Alten bleiben. Aber wenn es sich wirklich herausstellt, die Leute gucken sehr, sehr gerne Filme darin, surfen im Netz damit und solche Sachen, dann kann es schon sein, dass das iPad halt so die Basic-Funktion, die es aktuell auch hat, ein bisschen verliert und dann eher so in den Profibereich reinrutscht und dann natürlich näher an den Mac rankommt und da, ja entweder überschneiden sie sich dann noch mehr, als sie das eh schon tun oder sie rücken halt noch näher zusammen und es wird dann irgendwann vielleicht mal ein Produkt. Aber das ist alles unglaublich spekulative Zukunftsmusik und ich mag unglaublich spekulative Zukunftsmusik. So, was ihr Theorien dazu habt, ungeniert unten rein kommentieren und, ja klar, was auch unmöglich macht, momentan das die Vision Pro, das iPad ersetzt, ist ja einfach auch der Preis. Aber Preise, an Preisen darf man sich jeweils nicht zu sehr oder zu lange aufhalten, weil Preise kommen im Verlauf der Zeit dann schon runter. Als die ersten Digitalkameras kamen, hat auch alle gesagt, oh, die sind viel zu teuer, viel zu schlecht, dass er jetzt nie eine normale Fotokamera. Ja, und heute hat die Digitalkamera ja schon fast wieder ausgedient, weil die Handykameras fast so gut sind. Aber das fast machen wir nicht mehr auf und falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ich finde, Raphael hat wieder mit diesen Handykameras rumgefahren, da nach unten. Das ist ja immer erstaunlich, wie viele Leute sich ärgern, wenn ich sage, Handykameras sind inzwischen so gut, dass die meisten Leute keine großen Kameras mehr brauchen. Und die Leute, die sich drüber ärgern, die sind wie ich und lieben ihre großen Kameras. Aber lasst doch den Leuten ihre Handykameras. So, falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video, wo es dann sicher nicht wieder irgendeinen iPad-Killer, iPhone-Killer oder was auch immer Killer geben wird. Hoffe ich mindestens.